Guten Morgen, Mika. Ja, korrekt, das ist der Grund, warum ich dich gerade anrufe. Ich sehe gerade die grafischen Betriebsunterlagen und der Umsatzrückgang ist unvermeidbar. Aber das wussten wir schon seit letzter Woche. Nicht umsonsten, wenn er den Platz kommt. Nein, es ist unnötig, mir Informationen zu schicken. Ich brauche, dass du mir besuchst, was ich dir im Auftrag habe. Sehr gut, das wollte ich hören. Danke schön. Wiedersehen. E.O. 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 E.O Hey, tío. ¿Para dónde vas? No, muy lejos. Te llevo. No, gracias, no se puede bien. ¿Segura? Va a empezar a llover. Seguro. ¿Qué estás haciendo? Tengo que ser cargo. Espero que pueda ayudarte con eso. Tengo que ser cargo. ¿Segura te sirve? ¡Tengo que ser cargo. ¡Tengo que ser cargo. Me gusta tu vestido. A mi también me gusta el tú. Ana. Querida, ¿me das unos cigarros, por favor? No. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020